Hey, Internet und YouTube, oh, oh, jetzt habe ich den Boss, Holly LP, mit mir ist Quantum, guten Tag, du bist die russische Person bei mir, ich bin ein Russer, okay, so, wir gehen durch Tür, Stabil-Tür, und Stravotski, komm nicht durch die Tür, ich bin so politisch, oh, shit, du bist zu breit, ich mach das, Vorsicht, weil der immer hier so läuft, das bin ich, ja, das ist irgendwie echt komisch, man hat irgendwie gar keine Kontrolle über seinen Körper, ah, in wen hast du dich verliebt, ich sehe das Licht am Ende des Tonus, geh doch auf Zug Phantom, das ist sicher, ich komme hinterher gleich, Warte, ich... Okay, mir reicht's jetzt. Pack ich die andere Wache aus. Oh, 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 oh. Und bin tot. Du bist tot? Nein, ich stelle mich nur tot. Das kann ich am besten mittlerweile. Richtig, richtig. Sieh mal, wie gut ich das mache. Krass. Du hast auch den Arm nach rechts gemeldet. Ah. Warte, ich hole dich gleich. Ja, ja, lass dir noch Zeit. Bam, bam, bam. Okay, okay. Nur die Ruhe, Quantum. Nur die Ruhe. Okay. Zipp. Okay. Eigentlich wollte ich ins Gesicht diesmal, aber... Ey, ins Gesicht? Ah, den, 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 den. Schocker natürlich. Hopsala. Hopsala. Oh, Mann. Was sind das? Noch mehr Frauen. Das sieht nicht gut aus für mich, ich glaube. Ah, ich lebe. Sehr gut. Sehr gut. Ich lebe, weil du mein Atem... Was? Ich fühle... Weil du mein Kissen bist. Das... Wie man nicht ganz... Krieg ne Gänsehaut jetzt. Ja. So, wir müssen jetzt irgendwie für Raum... Zu... Was wollte ich sagen? Also für jeden Raum ne spezielle Strategieplan. Exakt. Ich hab auf jeden Fall die Tür wieder zugemacht. Also... Ach so, gut. Gut, 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 gut. Das ist jetzt ja auch... Ich dachte, ich hätte dich ausgesperrt. Ich hab keine Ahnung. Ich war irgendwie in den komischen Orten und dann war ich hier. Schleich doch mal jetzt. Ach ja, okay, okay, okay. Okay, okay. Profi. Genau, genau, Lichter, Lichter. Exakt. Perfekt. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Da ist ne rote Tonne, ne? Das ist gut, wenn man die abschiesst, immer, oder? Richtig, weil dann... Wenn man nicht im Computerspielen sind. Immer abknallen. Immer. Wir können hier wieder die Tachnik... Äh, die Tachnik. Die Affentechnik einsetzen. Wir können Tachnik machen. Tachnik, ah, ich... Ich bin oben, ah? Okay. Ich komme hinterher. Er klebt oder? Ich krieg dir in den Arsch gleich, wenn du nicht schneller bist. Schau auf, du kitzelst, Popo. Ich hab Abkürzungsbetter genommen. Hast du mich überholt auf die einsamen Strangen? Moment, ich gebe Ihnen ein... ... kleines Geschenk von oben. Jetzt bist du aber ein Schweizer und kein Russen mehr. Doch, doch weichs ich nicht. Ist doch alles das gleiche. Schokolade gegessen, ah? Ja, aber ganz lecker. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Jetzt kann ich nicht mehr aufhören. So zu reden. Was hast du gemacht? Ich hab dich angesteckt. Scheiße. Verdammt, das ist ja, Leute. Ja. Du musst ja abknallen. Okay. Hast du? Gut, wunderbar. Bam. Was war ein Feuerlust? Jetzt schmeiß ich auch mal eine Granate. Okay. Ich weiß noch nicht wie. F, A, F. Und? Und? Wow. Wow. Mach das nochmal. Oh, ich kann nicht nochmal jetzt. Oh, ne. Das ist ja... Oh, hier ist eine Pause dazwischen. Ja. Das sah aus wie bei mir, Silvester. Oh, 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 oh. Okay. Die dachten sich auch, da hinten war eine Explosion. Da gehen wir jetzt auch mal ganz normal hin. Würde bestimmt nichts gefährliches sein. Lass uns mal schauen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich kann nicht... Ich hab dir geholfen. Ich hab dir geholfen. Warte, ich rette dich. Ganz ruhig, wir werden doch beschossen. Bleib uns mal ganz ruhig liegen. Nein. Ich dachte schon, warum legst du dich jetzt hin? Ich wollte mit dir gemeinsam. Oh, nein. Das war nicht so gut, glaub ich. No, das war gar nicht gut. Das war nicht gut. Scheiße. Was war... Oh, mein Gott. Jetzt sind wir wieder... Hier. Oh, nein. Ja. Was... Ich hab schon vergessen, was hinter der Tür ist. Oh, no. Ach, das hier. Ja, gut, wollen wir jetzt schleichen? Immer wieder witzig. Hey, jetzt gehen wir uns... Okay, vorbei mit der Show, oder? Ich mein, das war tatsächlich. Entertainer. Genau, wir wollen ja, dass die Leute sich besser fühlen, wenn sie unser Gameplay sehen. Ja, eben. Aber jetzt ist aus. Kümmerst du dich um seinen Kopf, ich um die Lampe? Äh, ich... Scheiße, das weg, oder? Ja, super, jetzt! Psst, psst, psst. Fuck, 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 okay, pass auf, pass auf. Die kommen jetzt. Sei leise. Hä, hä, hä. Du kannst ja... Ich sag's in der Community, sie sollen nicht dauernd jetzt Kommentare schreiben. Psst, stsst, 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 stsst. Warte, das ist doch du uns dann zu laut. Ich mach mal das Licht da hinten aus. Hörsicht! Hörsicht! Ah, sehr gut, sehr gut. Ja. Heiser! Heiser! He, 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 die sehen mich immer wieder. Dich nicht. Hörsicht! 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 Ich weiß nicht, was ich mache, aber es sieht auch nicht professionell aus. Aber ein wenig. Ein Klang zum Halt. Oh nein, oh nein, oh nein. So. So. Meine Güte, da, da, da. Hast du eigentlich die Schaldämpfer? Was? Ich hab die Schaldämpfer, ja? Du? Okay, nein, nein, nein. Ich wollte nur... Moment mal, hast du keine Schaldämpfer? Doch, doch, doch. Natürlich. Ich dachte schon. Ich weiß, du glaubst, wie plötzlich hättest du mich da. Warum sehen uns die Gegner die ganze Zeit? Ich hab doch eine AK. Aber wirklich. Und eine Panzerfaust. Ich versteh's nicht. So. Das kenn ich aber nicht. Ich auch nicht, grad improvisiert. Wow. Ja, aber jetzt kennst du ihn. Oh, okay, Phantom. Ich komm gleich nach. Ich komm gleich nach. Was ist denn? Was? Schon die ganze Zeit. Oh mein Gott, ey. Oh. Oh, ich hab hier tausend Zipferschlüsse. Hey, nee, ich drüber gucken. Ich krieg ich den. Was? Oh, ist der süß. Und wenn man ihn drückt, wird er größer. Ich... Ich... Ich hoffe, du hast den Film mit Raumschiff Enterprise geguckt. Wieso? Oh, schweißer. Das kenn ich nicht. Okay, dann war's wirklich eklig für dich. Kann ich verstehen. Oh, pass auf, pass auf. Warte, ich mach das professionell. Pass auf und lerne. Nicht schlecht. Du hast einfach gezielt und geschossen, oder? Einfach so. Ja, ja. Aber ich hab die lichte Maustaste, hab ich auch noch. Gedrückt, ne? Ja, Multitasking. Ach so. Ach, du hängst hier oben rum schon. Ja, ich bin wie eine kleine Fledermaus. Wie komm ich denn hier hoch jetzt wieder? An der Stange. Das ist die schwarze Version wie der Piro, oder? Komm her, jetzt spring. Ich komm nicht. Ich mach die Tür. Höre auf, verdammt, verdammt. Kontrolliere deinen Körper. Kontrolliere ihn. Be water, my friend. Okay, okay. Ja, ich hab keine Ahnung, jetzt ist er weg. Aber ich schleiche jetzt weiter. Ach, guck mal, hier kannst du hoch. Aber ich geh jetzt runter. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Okay. Nein. Will ich auch nicht mehr. Die Lichter. Knall die Lichter ab. Ich knall ihn ab. Okay, dann ich das Licht. Drei, zwei, eins. Ja, ich dachte, bei drei fangen wir an. Achso, ich dachte, du hast ihn absichtlich nicht tödlich getroffen. Ja, weil zwei ist... Nicht tödlich. Ich mein, das klingt jetzt komplizierter, als was es ist. Aber das ist eigentlich nicht. Ich klinge halt viel komplizierter. Nee, komm. Was? Was regt das? Ich versteh's nicht. Diese ganzen Morde machen mich ganz irre. Oh, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Moment, Moment, Moment. Was war denn das jetzt mit Kuh? Mit Kuh? Ähm, du musst erst einen im Nahkampf töten. Ach, hast du ja. Du kannst jetzt in Kuh markieren und dann E drücken und dann killt er den automatisch. Mit einer Pistole. Ich weiß es nicht, was du... Warum? 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 Ich weiß nicht. Hast du mich als Deckung benutzt? Ähm, wie meinst du das? Ähm, ich krieg hier mal bitte den Damen. In meinem Freund. Da bist du sicher. Ich, ich bedeck dich mit einem Leichenhaufen. Die werde ich mir sehen. Perfekte Tarnung. Ich hab noch 40 Sekunden. Mach nur. Da kommt noch... Da sind noch zwei. Ich höre ihn links. Einer kommt rein. Einer kommt rein. Hinter dir. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, mein Gott. Du bist so schlecht. Ich esse mein Mikro. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Aber du hast es kuschelig warm unter den Leichen. Scheiße. Wie viele Parts bekommen wir jetzt für die Mission? Ich weiß nicht. Sieben? Oh, mein Gott. Flippen die Leute schon aus? Nein, oder? Ich glaub, die haben schon weggeschaltet. Sie sind schon auf dem anderen Programm. Zur Zeit kommt, schaut nur meine Oma zu. Hey, Oma. Ja, gut. Aber der musstest du auch was bezahlen, oder? Also, das ist meiner immer. Nein, musste ich nicht. Ja. Ich hab keine. Ich hab nur Fake-Accounts von mir selber. Und manchmal kann ich mich nicht aufringen. Ich hab nur Fake-Account meine Videos. Okay. Ach, nein. Okay, wir sind jetzt bei elf Minuten und das Ganze jetzt nochmal, oder? Im nächsten Part? Ja, genau. Ja, das... Also, ich weiß jetzt... Also... Das sieht vielleicht für die Leute nicht so aus, aber... Richtig. Aber das Bild wird bei mir manchmal echt schwarz für zehn Minuten. Ja, das ist echt gemein, so ein bisschen. Aber dafür ist es nicht schlecht. Ja. Alles gleich hin. Oh mein Gott. Hast du schon beendet, die Aufnahme? Ja, nein. Jetzt. Ja, jetzt. Tschüss. Bis dann.